Hallo zusammen, ich bin der Sven Zinserling und ihr wolltet schnell noch ein Video von mir haben, dachte ich, na komm, bin schon wieder am Set, machst du schnell noch ein Video für euch. Ja, wie ihr merkt, ich kann Hochdeutsch sprechen und meistens spreche ich auch Hochdeutsch, das ist alleine schon durch meinen Schauspielerjob, ich stehe mittlerweile sieben Jahre hauptberuflich vor der Kamera. Auf meiner Webseite, wenn man auf die Vita geht, kann man sehen, was ich alles schon drehen durfte. Habe 18 Jahre im Ausland gelebt, davon 13 Jahre in Thailand, Bali, Miami, Spanien, habe dort als Taullehrer gearbeitet, ja, habe den Tsunami mitgemacht, die Bali-Bombe, den Hurricane, also ich stehe mit mehr als zwei Beinen im Leben, habe auch genug erlebt. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefällt und ich freue mich auf die Buchung. Alles klar, hier war das Sven Zinserling. Ich wünsche euch was. Ciao.